weiter hier mit 4 2 Project Origin Reborn so, einmal nachladen, die Waffe denn es geht gleich abwärts nachdem wir ein paar Munitionen eingesammelt haben ja, lol was hast du denn für Sorgen? seht ihr das? und der ist tot oder? ja aber jetzt ist er auf jeden Fall tot so, Panzerung ähm ja so drück ich hier auf die Schusstasse hier ist doch nix na 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 Munition, danke na 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 hm haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles ne doch, vielleicht jo, haben wir oder? ja so, abwärts hmhm oh Hilfe öh 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 ups war ich nicht jo, fang mal solltest fahrhangen wow, 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 wow ganz schädig mein Jung ja, du solltest in Deckung gehen, genau so der Jung ist satt für a loser jihiii ja klatsch wo roh die anerst ha ha fuck waffel leer ich hasse alles mitten im Gefecht Primktion Wo 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 Och Gott hab' ichенных Ja ohne die Power Armor Einheit ist external Übel hier Aber drin müssen es schon extrem gut aufpassen Weil sonst ist man Extrem schnell platt Ich weiß nicht warum ich So oft extrem sah Wow Shit Da war was Da oben Wow Wo kommt ihr her? Ah 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 Wuhu Wuhu Torse Torse Ja nein Doch Ja nein Oh Oh Meine Nerven Ich kann irgendwie so ein bisschen Leben wieder Es wäre ganz Angenehm Und so Und so Und so Irgendwie Äh Rot aus Ähm Ich brauche Leben Leute Ja Panzerung Leben Ähm Ja noch mehr Leben Super Da Da lacht das Herz Was Äh ja Was ich schade finde Ähm Für fast 8 Euro Äh ist Die Synchronen leider auf Englisch Ähm Gut einige Male Habt ihr dann so Deutsche Wörter wie Entdeckung gehen Was ich allerdings schade finde Entweder Englisch oder Deutsch Aber nicht beides gemischt Und vor allem Für eine Erweiterung Dessen Hauptspiel auf Deutsch Synchronisiert ist Finde ich das Etwas lahm Wenn dann die Erweiterung auf Englisch ist Im größten Teil zumindest Als das hätten sie schon irgendwie Anders lösen können Für nicht Ja komm Hier ist das los Dürer Wuren Wuren Das macht Spaß Ja Ja Uh Alle ATC Soldaten haben wir besiegt Da wir ja Replika Soldaten sind Bekämpfen wir die natürlich so ist das Stahlsatz Munition um die Kürz immer gut Perserung haben wir schon voll wo aber nicht mehr so hüpfen wir mal hier lang ähm, zu hinten, es war noch einer ja, wie soll ihn so zielen? Hallo? ja, gar nicht und hat sie irgendwo wieder selbst kürt du dürfen wir morgen auch hier und der rennen schatten medikit schrott voll soll denn mehr schrott verwenden ja ich weiß wie man kriegt ja was mach ich denn hier so ja das war äh mission 1 und äh ja ich spiel noch ja ich spiel noch bis 15 Minuten äh und dann äh ja sehen wir weiter äh sie mussten ihre Elite Power Armor aufgeben und zu Fuß weiterlaufen ihnen wurde befohlen am Gefechtsstande Sigma zum Reste der Foxtrot Kompanie aufzuschließen Feinerie gehen auf den Strahl ihrer Taschendampe nutzen sie sie also mit Vorsicht Kirchen wenn er dann laden würde hallo und wir warten immer noch ja und so schnell wie es geht geht es auch wieder vorbei ja ich werde heute nur diese zwei Parts ähm auch uploaden und ähm ja dann werde ich die Tage weitere Parts aufnehmen immer so je 15 Minuten Videogröße äh Länge und dann ähm ja haben wir jetzt auch bald geschafft das Spiel beziehungsweise die Erweiterung Reborn wenn er einmal nicht laden würde hier komm schlaf hier nicht ein na vielen Dank und so schnell Abschnitt 2 ho всей Behördungen unter hohohohobooh ja ja, Bastard also, das ist mein Kollege wuhu, wuhu was? ich wollte gerade auf einen Kollegen schießen, aber na ja hast du ein Problem oder was? alter gehst du hier durch mein Fenster oder was? strehst oder was? ich rede mit dir land äh, ja so Maschinenpistole, die ich nicht nicht so wirklich gerne mag was? jo jo, ich komm dir hinterher schnapp, schnapp hey, ja gedrückt haben für Arsenal-Auswahl ich weiß äh, gleich zeige ich euch noch eine kleine, geheime Sache wenn wir die hier an Blutbad vernichtet haben danke ja, jemand hier äh, bestellt mhm geil, klasse die uns der Snakefist überreicht hat aber die Waffe brauchen wir später erst äh, beziehungsweise noch deswegen werde ich sie jetzt nicht verwenden und und gehen mit der Schriftflinder weiter und joo, wollen wir weitergegner hier ähm schaffen wir das in der Zeit noch äh, nein ich werde hier das Video beenden und dann ähm werden wir nächstes Mal genau hier weiterspielen und immer schön weiter die Parts anschauen die Videos die oben sind und dann ja gibt es ganz schnell neue Parts in diesem Sinne euer Lerker und der der was ich was sagen wollte auf jeden Fall ähm ich sage noch einen schönen Tag schönes Bauende und wir hören uns bis bald